Liebe VfL-Fans, herzlich willkommen zur VfL-TV-News-Sendung, präsentiert vom Haupt- und Trikotpartner Sunmaker, die erste News-Sendung der neuen Saison und ja, wir sind vor dem Derby gegen den SC Preußen Münster, einem der Spiele der Saison, das muss man ganz klar so sagen und was man auch ganz klar sagen muss, dass der Saisonstart des VfL durchaus als gelungen bezeichnet werden darf. Acht Punkte auf der Haben-Seite nach vier Spielen, bedeutet aktuell Rang 4 in der Tabelle, einen Punkt hinter dem Spitzenreiter, eben dem Erzrivalen aus Münster und zum Spiel am Samstag, das ganz kurz als Hinweis vorab, erwarten wir circa 14.500 Zuschauer, sind also noch Plätze frei, wer noch kein Ticket hat für das Spiel am Samstag, aber Zeit hat, der möge sich doch bitte schön eine Eintrittskarte besorgen. Wir hoffen auf ein volles Haus und eine maximale Unterstützung für das Team in Liederweiß. Ja, und bevor wir so ein bisschen mehr auf das Spiel gegen die Münsteraner eingehen, schauen wir einmal zurück und zwar nicht auf das 0 zu 0, das letzte Spiel auswärts bei der SG Sonnenhof Groß-Aspach, sondern auf das letzte Heimspiel hier an der Bremer Brücke. Es war ein Spiel unter der Woche auf einem Mittwochabend gegen den TSV 1860 München. Und wenn ihr euch an das Last-Minute-Finish erinnert, dann wisst ihr, wenn ihr im Stadion gewesen seid, wie hier das Dach weggeflogen ist. Wir schauen noch mal auf die entscheidende Szene des Spiels, und zwar den direkt verwandelten Freistoß von Marcus Alvarez. Und so gab es dann tatsächlich noch mal eine Möglichkeit, und zwar in der Nachspielzeit. Dieser Freistoß, Alvarez, und der passte. Die Bremer Brücke drehte durch. Marcus Alvarez belohnte sich für eine tolle Vorstellung mit dem goldenen Tor zum 2 zu 2. Und jetzt ist es eben das Derby vor der Brust der Mannschaft von VfL-Cheftrainer Daniel Thun. Das Derby gegen den SC Preußen Münster, was jetzt ansteht am kommenden Samstag, und was natürlich absolut schon in den letzten Tagen im Fokus steht. Denn nach den zwei Niederlagen im letzten Jahr 1 zu 4 an der Hammerstraße und 0 zu 1 hier durch das Tor von jetzt Ex-Preußer Adriano Grimaldi an der Bremer Brücke. Da gilt es natürlich eine ordentliche Scharte für die Mannschaft und natürlich auch für die Fans auszuwetzen. Wie gesagt, 14.500 Zuschauer erwarten wir. Insgesamt natürlich durch das Zuschaueraufkommen bitten wir alle Fans darum, möglichst frühzeitig zum Stadion zu kommen, um natürlich lange Warteschlangen an den Kassen zu verhindern. Ich halte jetzt einmal ein bisschen die Hand über meine Augen, es wird ganz schön der Hell hier. Ansonsten natürlich noch der Hinweis, kommt bitte nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht mit dem Fahrrad zum Stadion, denn die Parkflächen sind auch arg eingeschränkt. An der Halle Gartlage steht die Parkfläche nur eingeschränkt zur Verfügung aufgrund eines parallel stattfindenden Flohmarkts. Und indem ich mich jetzt gleich in den Schatten zurückziehe, schauen wir noch einmal ganz kurz auf die Pressekonferenz zum Derby gegen den SC Preußen Münster. Heute Nachmittag hier am Donnerstag an der Bremer Brücke stattgefunden mit Cheftrainer Daniel Thun und mit Mittelfeldmotor David Blacher. Hier kommen noch einmal die wichtigsten Aussagen. Was hast du dir für das Derby am Samstag vorgenommen? Ja, natürlich erst einmal ein gutes Ergebnis. Also man hat, glaube ich, gegen Meppen erlebt, was für eine Bedeutung das auch für die Leute hat. Ja, das haben wir gut auf dem Platz auch mitgetragen und deswegen freue ich mich auch auf eine super Kulisse am Samstag und wie gesagt ein möglichst gutes Ergebnis. Merkst du Unterschiede in der Vorbereitung aufs Spiel im Vergleich jetzt mit Münster oder auch im Umfeld? Da gar nicht mal so viel, also in der Vorbereitung auch nicht. Wir bereiten uns konzentriert darauf vor, dementsprechend auf den Gegner eingestellt und daher ist es trotz der Brisanz ein Spiel um drei Punkte, das wir gewinnen wollen und daher gilt es sich ja sportlich da nicht besonders oder großartig anders darauf vorzubereiten. Merkont, wir haben es ja auch dafür bekannt, dass er vieles dem Gegner anpasst, dass er schon darauf schaut, was der Gegner auch anbietet und das ist was, wovon wir uns ja auch so ein bisschen lösen wollen. Also wir werden weniger jetzt auf Preußen Münster eingehen, sicherlich dann auch in der Spielvorbereitung auf Stärken und Schwächen hinweisen, aber das ist das, was ich gesagt habe, bei uns ist es auch eine Variabilität, aber die dient dann weniger zum Selbstzweck, sondern wir wollen ja auch hier in der Lage sein, zu Hause dominant aufzutreten und unser Spiel durchzuziehen. Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir anpassen können, wir haben zweimal angepasst gegen 60, wir haben Veränderungen im Pokal vorgenommen, also wir können während eines Spiels immer reagieren, aber in erster Linie wollen wir agieren und wir werden unser Personal aufs Feld schicken, was für uns dann auch die Wahrscheinlichkeit wieder erhöht, erfolgreich zu sein. Und was Münster betrifft, da wissen wir wirklich nicht, was kommt, könnten mit einer Dreierkette kommen, mit einer Viererkette. Stabilisator Ole Kittner fällt jetzt aus, auf den hätten wir uns beide sicherlich sehr gefreut, ihn zu treffen, gerade da wieder auf dem Feld, aber das ist so, wir nehmen das so hin, was uns Marco Antwerpen dann anbietet am Samstag und werden entsprechend aber auch unser Spielziel nicht aus den Augen verlieren und auch durchziehen. Ja, das war die Pressekonferenz vor dem Derby gegen den SC Preußen Münster. Wie gesagt, wir schauen jetzt nochmal einmal ganz kurz auf die Ticketsituation. Wie gesagt, 14.500 Zuschauer erwarten wir zum Derby. Die Ostkurve hat hier Stand Donnerstag Nachmittag noch ca. 700 Plätze frei. Die DFT Westkurve, da gibt es noch rund 1.500 Tickets. Das ist der Bereich mit dem meisten Platz derzeit noch. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem Ticket seid, für die Westkurve gibt es auf jeden Fall. Die GiroLive Nordtribüne, die ist bisher zu 95% ausgelastet und auf der Stadtwerke Osnabrück Südtribüne, da gibt es nur noch Restplätze, die ist auch schon so gut wie voll. Wir freuen uns also auf ein absolut stimmungsvolles Derby. Kleinen Hinweis noch, so machen wir das ja immer in den News-Sendungen, auch die Tickets für die nächsten Heimspiele gegen den Karlsruher SC und gegen Fortuna Köln. Die sind bereits erhältlich an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Onlineshop. Und noch ein Hinweis, wenn ihr Ende September euch gemeinsam mit der VfL-Fanabteilung auf den Weg machen wollt nach Westsachsen zum Auswärtsspiel beim FSV Zwickau. Dort ist bereits die Anmeldeliste für einen Fanbus angelegt. Wenn ihr also Lust habt in netter Gesellschaft und mit guter Stimmung gemeinsam nach Westsachsen zu fahren, um das Wiedersehen mit VfL-Vereinslegende Joe Ennox, der jetzt Cheftrainer in Zwickau ist, zu feiern, dann solltet ihr euch vielleicht um den Fanbus der VfL-Fanabteilung kümmern. Die Kollegen würden sich auf jeden Fall freuen. Ja, und jetzt gilt es natürlich noch den obligatorischen Hinweis, am Ende jeder News-Sendung loszuwerden. Und zwar ist das ein Hinweis auf das aktuelle Merchandise. So, als erstes natürlich die VfL-Heimtrikots in lila-weiß. Die sind seit heute wieder in allen Größen bis 2XL lieferbar. Da gibt es natürlich auch einen aktuellen Artikel in den News auf VfL.de. Ansonsten das Auswärtstrikot, Leute. Das gibt es jetzt auch mittlerweile in allen Größen bei uns im Fanshop und im Onlineshop. Schaut also unbedingt mal rein. Und ich denke, ein kleines Goodie, auf das sich ganz viele von euch gefreut haben. Da lege ich einmal ganz kurz das Mikrofon zur Seite, um es euch zu präsentieren. Das ist nämlich der neue VfL-Seidenschal. Also, wer auf der Suche ist nach einem Seidenschal vom VfL Osnabrück, wenn ihr am Samstag zum Spieltag hier ins Stadion kommt, bekommt ihr das schöne Teil für schlanke 14,95 Euro im Fanshop und ansonsten natürlich auch im Onlineshop. Das ist eine Panoramaaufnahme eines Blutlichtspiels hier an der Bremer Brücke drauf. Ich denke, wirklich ein schönes Teil. Und gerade die Seitenschals, ich persönlich mag sie sehr. Sie machen sich einfach immer gut über dem Trikot oder sonst auch über der Jacke. Ist ein bisschen unauffälliger als so ein richtig, richtig dicker Schal, obwohl die natürlich auch die Klassiker schlechthin sind. Also, Auswärtstrikot, Heimtrikot und VfL-Seidenschal ab sofort erhältlich in den Fanshops und im Onlineshop. Wir freuen uns natürlich auf euren Besuch bzw. wenn ihr was mitnehmt. So, und jetzt habe ich lange genug Monolog gehalten. Bleibt mir nur noch zu sagen, am Samstag alle ins Stadion. Da gibt es keine Ausreden. Das Derby VfL Osnabrück gegen den SC Preußen Münster. Ich zähle auf euch. Die Mannschaft zählt auf euch. Lasst uns hier die Brücke wieder zum Beben bringen und nach Möglichkeit drei Punkte und den Derbysieg hier in Osnabrück behalten. Also, wir sehen uns am Samstag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.